Dein größter Wunsch ist wahrscheinlich, dass der Krieg bald zu Ende ist. Hast du Hoffnung, dass er bald zu Ende ist? Ich denke, dass es nicht zu Ende ist. Ich denke, das ist meine Meinung, aber ich glaube, zu Ende ist nicht zu lange. Wenn du morgen aufwachst, was wünschst du dir für deine Landsleute? Ich wünsche natürlich, das war ein Stil. Sie haben keine Angst. Das ist auch so wichtig für alle Menschen. Ohne Grenzen sind sie in der Ukraine oder in Deutschland oder in Polen. Alle Leute haben Angst. Und wenn die Angst genommen wäre, wäre das gut. Liebe Julia Petlovana. Spassiva. Das einzige russische Wort, was ich kenne. Ja, das ist gut. Okay. 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 Okay.